Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute war mein Big Tasty einfach außergewöhnlich gut. Die Brötchen waren perfekt getoastet und hatten diesen herrlich goldenen Rand, der leicht knusprig ist, aber innen noch schön weich. Das Fleisch war saftig und hatte diesen unwiderstehlichen, leicht rauchigen Geschmack, der so richtig schön intensiv war. Der Käse war perfekt geschmolzen und zog sich wunderbar, als ich den Burger biss. Die frischen Tomaten und knackigen Salatblätter gaben dem Ganzen eine tolle Frische und die Zwiebeln waren genau richtig geschnitten, nicht zu dick und nicht zu dünn. Und die Soße, wow, die war heute besonders cremig und reichhaltig. Genau die richtige Menge, sodass jeder Bissen einen Genuss hat. Insgesamt war das heute der beste Big Tasty, den ich je hatte. Und ich freue mich schon auf den nächsten.